Moin Moin Matrosen, herzlich willkommen zur Elchjagd bei The Long Dark. Ich hatte sowohl am Rätselsee als auch bei der Küstenstraße schon nach dem Elch gesucht, habe mir sogar extra eine Custom Map erstellt mit extrem hoher Elchpopulation und bin jetzt hier am Eingang zum Rätselsee, als ich quasi von der Schnellstraße rübergekommen bin, doch tatsächlich fündig geworden. Aber seht selbst. Ach, guck mal an, Tatsache, an verschiedensten Baumsorten ist dieses Geschuppere dran. Huh, hier ist ein klabauter Mann, hallo, Meister Elch. Hallihallo. Da kommt man aber nah ran. Hallo? Ah, nicht hinknien. Rennen, 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 rennen. Okay, das hat er akzeptiert. Ob ich ihn von der Brücke aus erliegen kann? Ne, das ist zu weit weg. Vom Felsen aus. Da komme ich doch gar nicht hoch. Ich riskiere das jetzt, dass ich einmal von ihm auch niedergetrampelt werde. Ich dachte, er greift dann an, wenn man ihn angreift. Okay, so schnell wäre er auch auf der Brücke oben gewesen. Ah, da ist er jetzt wieder unten. Jetzt hat er sich wieder beruhigt. Da ist eine scheiß Schussposition. Steht er gleich vor mir, Wetten? Da ist er, okay. Das war ein Dreischuss. Okay, und jetzt kommt er und greift mich an. Huh. Meine Fresse. Meine Fresse. Okay, damit haben wir die heutige Challenge geschafft. Ich nehme den gerade noch aus, beziehungsweise... Blick auf die Uhr. 57. Wir machen hier ein Päuschen. Und hier in dem Video schließe ich das Ganze ab. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn ihr solche Videos nicht verpassen wollt, dann lasst gerne ein Abo für den Kanal da. Ansonsten freue ich mich über eure Daumen, aber auch über eure Kommentare. Gerne auch kritisch-konstruktives Feedback. Ja, immer herzlich gern gesehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Der Klabbi.